Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby-Kompanie aus Quickborn. Ja, man muss die Feste feiern, so wie sie fallen. Und heute ist der 4. Juli und es ist Independence Day, also Unabhängigkeitstag in Amerika, in den USA. Ich bin zwar keine Amerikanerin, aber Stampin' Up! ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Und ja, da grüße ich doch heute mal alle amerikanischen Freunde, Verwandte, die habe ich nämlich auch, und Kollegen. Ja, mit so einer kleinen Tüte hier, ist zwar nicht so hundertprozentig die, aber ich glaube, jeder kann erkennen, was ich da mit ausdrücken will. Das ist hier unsere kleine Tüte, die, ich habe hier schon die Teile hergelegt, die kleine Naschtüte, ne Naschtüte, das hängt nicht um. Mini-Leckerei-Tüte, jetzt habe ich sie da. Okay, da sind ganz viele Zutaten drin und, huch, verrutsche ich hier schon. Ja, ich zeige dir mal, was ich dafür verwendet habe. Natürlich meine Big Shot, die ich hier mal ins Bild bringe. So, und in diesem Frame-Lit-Thin-Lit-Set ist also einmal natürlich die Tüte, die besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal das Vorderteil und ein halbes Seitenteil und dann gibt es noch ein halbes Seitenteil extra. Das muss, ja, extra gestanzt werden und wird nachher zusammengeklebt. Und dann sind hier aber noch so ganz, ganz viele Sachen mit drin. Also richtig toll, Bordüren, drei Stück, Sterne, die brauche ich. Herzen, Punkte, zwei Schriften, großes Herzen, Stern, hier so ein kleiner Tag und ja, alles Mögliche halt. So, also als erstes nehme ich mein Flüsterweiß und stanze mir jetzt die beiden, also das Vorderteil, das größere und dann das kleine Hinterteil aus. Dabei ist es wichtig, oder ja, es ist wichtig, dass du, wenn du das stanzt, diese langen, es sind ja alles lange Teile, aber diese langen Teile wirklich so lang stanzt, weil häufig ist das so, es häupert sonst über die Teile drüber. Natürlich hast du hier auch welche, aber ich habe festgestellt, es ist einfach besser, wenn ich das so lege, dass die langen Teile gestanzt werden. Okay, und das mache ich jetzt mal. So, ich habe meine beiden Teile jetzt ausgestanzt und auch schon gefalzt. Und jetzt verwende ich einen ganz tollen Hintergrundstempel und zwar nennt sich der Brush Strokes, also Bürstenstreifen, Pinselstreifen. Und ja, der sieht so ein bisschen, also nicht vollflächig aus, sondern er ist so ein bisschen unregelmäßig. Das kannst du hier an meiner Karte auch, äh, oder an meiner kleinen Leckereitüte auch erkennen. Also es ist nicht, ähm, es ist so ein bisschen Chevy-Look. Und das passt wunderbar. Dazu verwende ich Glutrot. Und da stempel ich jetzt diese beiden Teile. So, das habe ich jetzt auch fertig. Also hier ist jetzt die Falzlinie, die Klebelinie. Und hier unten ist auch noch eine. Und jetzt wird es einfach zusammengeklebt. Das heißt, diese wird jetzt, ich drehe das mal um, so daneben geklebt. So, und dann wird das Ganze hinten zusammengeklebt und die untere Lasche da drüber. Also ganz simpel und einfach. So, und jetzt wird es nur noch hier unten zugeklebt und schon ist meine Tüte an sich fertig. Diese kleine Leckereitüte. Und die kann man für alles Mögliche nehmen, für Gutscheine. Man kann sie aber auch als Umschlag für eine Karte verwenden. Also was du damit machen möchtest, ja, das überleg dir einfach nochmal. So, als nächstes habe ich hier aus dem Set diese Sterne. Weil, wenn du dich an die Fahne von den USA erinnerst, da sind ja Sterne. Allerdings jetzt nicht 50 oder wie viel sind das? 51, 52. Sondern ich habe mir hier ausgerechnet, wie viel, was jetzt so in etwa passt. Und ich möchte jetzt vier Sterne nehmen und habe mir jetzt den Farbkarton Marineblau ausgesucht. In 5 x 5,5 cm. So, und das lege ich mir jetzt hier wieder auf meine Big Shot. So, in der Breite, da nehme ich jetzt auch mal so und lege das so an, dass es oben fast abschließt. Und ich muss aufpassen, dass ich hier diesen letzten Stern, dass ich den nicht mit Abstand, weil das habe ich bei dem anderen schon gemacht, also so ein bisschen darauf achten, dass es so passt. So, und jetzt stanzen. Und das muss ich jetzt dreimal machen. Naja, habe ich gut dann bekommen. Passt. Also die müssen jetzt hier wieder raus, aber die kann ich noch wunderbar weiterverwenden. Dann lege ich das Ganze unten an. So, wieder so etwa, wie ich das oben auch gemacht habe. Und zum Schluss noch einmal in der Mitte. So, damit ist jetzt mein kleines Teil hier fertig. Ich sehe jetzt gerade, ich habe hier ein bisschen zu viel Abstand. Das kann ich jetzt noch ein bisschen ausgleichen. So, und dann habe ich mir dazu einen weißen Farbkarton, also flüsterweiß nochmal zugeschnitten. Der ist da. Und der passt jetzt genau dahinter. Und das kann ich hier ruhig noch ein bisschen kürzen. Das überlege ich mir gleich nochmal. Also den klebe ich jetzt erstmal auf. So, und witzig fand ich, wir haben ein, ähm, noch ein neues Set. Das nennt sich Kurzgefasst. Das ist dieses hier mit ganz vielen kleinen Sachen da drin, mit Kreisen, mit, ach ich weiß nicht, ganz vielen Hallo, Glückwunsch, Goldig, Träume, großer Tag. Also was dir dazu auch wirklich einfällt. Also ganz süß finde ich das. Da habe ich jetzt gestempelt, das habe ich schon mal vorbereitet. Hier mal diesen Daumen hoch. Und den kann ich jetzt super hier ausstanzen mit unserer Dreiviertel-Inch-Stanze. Das passt schon mal toll. Und dann zu diesem Set kurzgefasst gibt es diesen Reiter hier. Und den stanze ich mir auch nochmal aus. Zack. Und der wird jetzt in der Mitte so geknickt. Und das kommt jetzt da oben drauf. Und dazu nehme ich einen Dimension, also einen unserer Abstandspads. Da nehme ich auch das große. Zack. Drauf. Achtung, dass der Daumen nach oben geht. Und natürlich wieder in den Farben weiß, marineblau und glutrot. So. Ist das cool? Süß, ne? Und der kommt jetzt hier drauf. Dafür nehme ich hier unser Doppelklebeband. Und gebe das hier auf diese kleinen Teile hier von innen. Und jetzt klebe ich das Ganze hier rein, möglichst gerade. Und das kommt oben drauf. So. Ist das super? Ich finde das total süß, diese kleinen Teile. Und dann ist in diesem Set noch zum Beispiel drin For You. Das habe ich schon mal ausgestanzt. Das kommt hier noch mit her. Das Ganze setze ich mit den Klebepunkten auf. Dann ist das auch so ein kleines bisschen erhaben und nicht ganz so platt da drauf. Die nehme ich auch in marineblau. So. Und die setze ich mit dem Mini-Klebepunkt auf. So. Und dann darf es natürlich noch glimmern und glitzern. Und dann nehme ich hier unsere neuen Glitzersteine. Dann nehme ich jetzt mal den hier. Und der kommt da drauf. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch so ein paar Sterne hier mit drauf geben. Das mache ich auch. Und zwar auch wieder mit den Klebepunkten. Und Nummer drei. Und die dürfen ein bisschen glitzern, habe ich mir überlegt. Und da kommt jetzt noch ein bisschen von unserem Glitzerstift. Wink of Stella. So. Und wenn ich dann schon dabei war, muss das natürlich auch noch beglittert werden. Bei der Stempelfarbe ein bisschen aufpassen, weil die wird ja leicht angelöst und dann verschmiert das. Also schön vorsichtig. So. Und ist das eine coole Karte oder ein Umschlag oder eine Verpackung für Nashi, was du auch immer möchtest. Ja, das war's zum Independence Day. Und ich sag, Tschüss aus Quickborn.